Liebe Kolleginnen und Kollegen, Fritz hat schon einiges vorweggenommen hier zu der Sache mit der GEW. Es ist nach wie vor so, dass es für die angestellten Kolleginnen und Kollegen an den Schulen keinen vernünftigen Tarifvertrag bezüglich der Eingruppierung in die verschiedenen Entgeltgruppen gibt. Das macht jedes Land nach eigenem Gutdünken mehr oder weniger gleich in Deutschland und es gibt aus unserer Sicht natürlich horrende Ungleichheiten. Und das bedeutet schlicht und einfach, dass für einen angestellten Kollegen, der genau die gleiche Wochenstundenzahl hat, der genau die gleichen Fächer von mir aus unterrichtet und vielleicht auch in die gleichen Klassen geht, wie sein beamteter Kollege, der neben ihm sitzt, dass der bis zu 500 Euro im Monat weniger verdient. Und das ist ein absolutes Unding. Das geht nicht. Und das wollen wir im Zusammenhang mit den Tarifverhandlungen, die jetzt gegenwärtig stattfinden, versuchen zu ändern und auszugleichen und zu verbessern. Das Ganze läuft jetzt schon seit 2006. Dort gab es nämlich die erste Zusage, in diesem Bereich endlich mal zu einem vernünftigen Ergebnis zu kommen. Es zog sich dann hin und es zog sich weiter hin und erst 2009, bei den letzten Tarifverhandlungen, gab es dann endlich eine konkrete Zusage, Verhandlungen darüber zu beginnen. Die haben dann tatsächlich stattgefunden im Jahre 2010, zwei, drei Runden, wurden dann von den Arbeitgebern im November ohne jedes Ergebnis zunächst komplett abgebrochen. Man will schlicht und einfach von Seiten der öffentlichen Arbeitgeber keine Verbesserung in diesem Bereich erreichen. Man will die Situation so lassen, wie sie ist und man nimmt ganz bewusst, man nimmt ganz bewusst diese himmelschreienden Ungleichheiten hin und kümmert sich nicht weiter drum. Das kann nicht im Interesse unserer Schulen sein, das kann vor allem nicht im Interesse der Kolleginnen sein. Jetzt wurde am 4. Februar die Verhandlung wieder aufgenommen, natürlich ohne weiteres Ergebnis. Wir versuchen jetzt diese Tarifverhandlung so zu gestalten, dass es auch in diesem Bereich einen Fortschritt gibt. Das sind unsere Ziele im Moment und wir danken für eure Unterstützung. Danke schön. Danke, Wolf. Danke. Danke. Danke.